herzlich willkommen zu einem neuen video mit dabei ist michael und heute spielen wir mal was ganz neues nämlich rocket league ja ich dachte ich würde noch auf der playstation aufnehmen aber es ging ja leider nicht und heute das video das mit gta ich weiß auch nicht also ich hab's nach dem video gespielt es ging ich habe keine ahnung wieso aber gut also ihr seid ja hier im menü also ihr müsst euch auch davor anmelden das kann ich euch jetzt nicht erklären weil ich habe es mir selbst nicht gemerkt aber wenn es euer auto besser machen wollte oder schöne halt also besser kann man es nicht machen aber schöner das ist hier alles drinnen und ja hier bei auto anpassen kannst direkt machen und bei spielen können wir mal direkt starten zwei gegen zwei so dann starten wir mal suche läuft gut wir haben server in drei zwei eins los oder los alter guck mal die tausend ja guck mal da oben sind alle flaggen vom von die ländern ist österreich auch ich sehe leider österreich nicht ja österreich ist oben und wir haben es auf unserem auto hä hä ja moin okay bereit drücken hey was war das denn gerade nicht dein ernst wenn das jetzt wieder auch mit geht her war diese ist fast meine lieblings map meine fast auch gut aber ich weiß nicht ob es wieder so ist nee okay es geht oh ups ich habe mich verdrückt ich bin gerade echt so schlecht weil ich sehe fast gar nichts aber gut ich versuche ich gebe mein bestes ich habe einen gesprengt ups das war nicht teil des plans au ich sammle mal speeds nein wir haben ein tor bekommen ich bin so schlecht hast du gesehen was ich gemacht habe ich bin so scheiße du bist nicht gestorben ich hatte sogar spiel ich hab's auch gehalten wieso springe ich immer anstatt boost aktivieren wow ich habe nicht getroffen alter ich bin so schlecht gerade weil ich tq2 äh ja das habe ich auch nicht das habe ich auch noch nie aufgenommen aber ich glaube tq2 wird auch mal kommen also ich bin da schon und zwar sehr op aber gut und veteran bin ich außer dem auch du bist veteran und ich bin nichts obwohl du das spiel schon viel länger spielst als ich ich spiele schon ein zwei jahre länger ja ja aber ich verstehe ich stehe halt noch und noch ein Freund von uns der ähm spielt das spiel auch nicht so lange wie ich und hat auch schon den Rang ne das spiel aber auch schon ein ja mann nicht nein nein ja ah ich bin tot ha 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 alter spielst was was machen du also wir haben keine Chance wir sind so schlecht gerade oder schieß rein nein ja er hat ihn noch bekommen ok ich hab wieder ihn zerstört bumm nein und ich bin so dumm und spring daneben ah 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 nein ich hatte eine Parade ne ja ja nein ich bin wieder schulder sieh was ich gemacht hab 0 hoch 10 ich konnte noch weg machen aber dann ja und nun speech alter wo ist denn der Ball hin das spieler so bumm nicht was er er was war das für ein Tor biu eigentlich wäre er auch so reingegangen aber zur Sicherheit ne eigentlich nicht weil der Typ wieder gekommen ist aber trotzdem ne er wäre doch ich glaube so du musst glaube ich nicht wieso hast du überhaupt mehr Speed als ich pecking ist etwas kaum aber wenn man springt wird man schneller nicht dein Ernst nein ach du kacke und wir kassieren Tor doch nicht nein daneben alter ah ah oh mein gott wo ist denn der Ball hin oh mein gott ich bin grad so hart geflogen ich habe eine Parade ich auch wir sind die einzigen ne wir sind doch nicht die einzigen ah bitte komm ja er ist nochmal so richtig hart gesprungen der Typ her was wie gehackt alter wie ist denn der gesprungen alter du hättest springen müssen ich hatte aber kein Brust mehr so hoch zu springen kann man auch so doppelt ich weiß ja ich weiß aber da knall ich immer gegen auf die Seite ich wäre nicht höher sondern auch seitlich ich hab da pultiert ja er hat schon wieder einen Ball aber uah alter wir sind grad echt schlecht ich bekomme keinen Speed heavy geht der Ball da nach hinten oh nein ich habe nicht getroffen Ich auch nicht. Kein Problem. Alter Schwede, ich bin so schlecht. Ich auch. Erstes Match. Erste Vorlage. Yes, Tor. Und du hattest eine Vorlage. Hattest du noch Speed? Nein. Okay, ich habe noch 100 Speed eingesammelt. Wo ist der Ball wieder? Ah, der ist wenigstens mal auf die andere Seite gekommen. Nein, hier ist der Tor. Ich habe es gemerkt, oh mein Gott. Ich habe ihn noch ganz knapp vor dem Tor abgewertet. Alter, wo ist denn der Ball? Ach, hier ist er. Oh, Parade. Schnell. Und ich werde gestoßen von denen. Glaube ich zumindest. Nicht wahr. Oh. Die spinnen mit uns Ping-Kong. Ping-Kong-Kong? Alter. Ich bin verloren. Nein. Wie ist schlecht. Also das war gerade schlecht von ihnen. Ich habe schon gemerkt. Das habe ich schon gemerkt. Ah. 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 Das ist so geil. A A A A A A Tudu! Ciao! Alter, der eine Typ ist weg! Bereit? Ok, wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Punkte. Oh, der eine hat verlassen. Der auch. Jawollala. Der hat verlassen. Alle zwei besser gesagt. Oh ne, es ist stürmisch. Oh ne, den Moment mag ich nicht. Weißt du was? In Rocket League dauert das Video einfach so lange, weil ein Match schon 5 Minuten dauert. Ja, aber wenn man Tore schießt, braucht es noch länger. Aber wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Ja, aber es macht Spaß, darum kann man lange spielen. Alter, ist das dein Ernst? Oh mein Gott, der riesen Ball. Wenn ich auch von einem YouTuber von Maxify sehe ich mir immer die Videos an. Die dauern manchmal auch 20 Minuten oder so. Die sehe ich mir trotzdem an, weil Rocket League einfach Spaß macht zuzusehen. Oh mein Gott. Ja! 1-0. Vorlage. Drin, drin. Ich hatte sogar einen Torschuss. Oder? Warte. Ja. Der wäre sogar gegangen. Ich bin so dumm. Ich habe nicht den unaufsichtig getroffen. Ach, ist auch egal. Sicher ist sicher. Oh wow. Hey, wieso geht der jetzt immer auf die Seite? Ciao, Balli. Nein, ich dachte du wärst drinnen. Nee. Weil ich leider nicht. Ey, wo ist der Ball? Boom! Nein, was machst du? Ey, ich schieße ihn auf die andere Seite. Hä? Das war... Bist du kaputt? Ja. Kaputt. Alter, ich bin zu schlecht. Oh mein Gott. Schieß mal eine Vorlage. Okay, oder nicht? Nein! Bim! Ja! Stark! Also wenn ich nicht drauf geschossen hätte, dann wäre er noch drin gewesen. Weißt du was? Jetzt? Vorher habe ich dir das Zeug geglauben. Jetzt zu mir. Ja. Ja. Aber das war jetzt geil. Ja. Oha, wieso geht der jetzt immer auf die Seite? Ey, keine Ahnung. Jetzt geht er nicht mehr zu uns, sondern zu ihnen. Hab ich auch gerade gemerkt. Huia! Ja. Ich habe schon wieder eine Vorlage. Eine Vorlage. Mhm. Alter, wir rasieren, rasieren. Wir rasieren die Gegner. Mhm. WTF hat da eine geschrieben? Pflichter. Doch, ähm. Rollen die mich jetzt, oder was? Oh oh. Der ging auf unsere Seite aber. Aber natürlich. Oh. Oh. Nein. Kein Ding. Oh. 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 Du hast. Ich habe schon wieder eine Vorlage. Du. Was? Es hat sie verlassen. Ich glaube, wir haben verlassen. Guck. Ey. Wie schaffst du noch ein Geschoss? Du hast ihn fast abgewehrt noch. Ich weiß. Wir spielen gegen Computer. Oh. Oha, Alter. Computer hat mir... Nein! Nicht dein Ernst! Schießt fast ein Eigentor. Oh. 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 Computer. 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 Ich glaube der Computerspieler rasiert uns jetzt noch. Das ist so gemein. Ein Computer hat so viele Tore. Oh. Der rasiert uns. Und der Computer ist weg. Ra... Ra... Der ist Tie-Changer. Der eine ist Raketenmeister. Willst du mich verarschen? Ähm. Tie-Changer ist unser Freund auch. Ich weiß. Aber ich bin besser sogar. Ein besserer Rang meine ich damit. Ja. Veteran. Du spielst es am kürzesten und hast den besten Rang. Ich weiß. Verstehe ich auch nicht. Vielleicht hat man auf der PS5 einen, ähm, einen Doppelboost. Kann auch sein. Oh nein. Ah. Bin ich doof? Ich fühle in die Luft. Ähm. Achso. Ich habe schon wieder eine Vorlage. Da hat schon wieder wer zu spielen. Ich habe schon wieder den Computer. Super. Wetten, der schießt direkt dieser Tor. Oh nein. Es ist schon wieder Sultan. Meine ich auch. Alter Schwerte. Der hat mich... Lol. Wenn das jetzt der Ball gewesen wäre, wäre er reingegangen. Hä? Du hast ihn ja nicht mehr berührt. Ja. Ja. Tiger, wir haben noch immer zwei Minuten. Was? Wir haben jetzt schon sechs Tore. Ja, in drei Minuten. Aber schon zwei Kassier vom Computer. Tch. Ja. Und der Computer schon wieder. Nein, Computer. Keine Chance. Nee, das ist kein Computer. Wirst du mich verarschen? Guck mal den Namen. Was? Guck dir mal einen Namen an. Dann siehst du, ob es ein Computer ist. Achso. Das war nicht mal der Computer. Der ist Granny Shifter. Der ist Granny Shifter. Das kennen wir vom Rocket Pass. Das bin ich auch bald. Ich warte, Granny Shifter schon. Nur ich habe es mir nicht angelegt. Ich bin so dumm und drücke immer nur okay und nicht anlegen. Ich bin so dumm. Es geht nur mit anlegen. Okay, jetzt bekommen wir kein Tor mehr. Oh oh. Alter Schwede. Richtig geiles Chinesisch. Was? Chin-Jung-Jung? Äh. Ah. 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 Du. Verräter. Ich habe ein Tor geschossen. Du Verräter, Alter. Schlagen ist ein Tor. Verräter. Ja. Ja. Ich habe ein Tor geschossen. Du Verräter, Alter. Michael ist ein Verräter. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Turbos Flied. Turbos Flies. Turbos Flies. Turbos Flies. Wie Taluten sagen würde. Turbos Flies. Turbos Flies. Lass den Ball nicht durch. Ist das so. Nein. Oh no. Turbos Flies. Turbos Flies. Turbos Flies. Turbos Flies. Ja. Ey. Ich habe schon. Fünf Vorlagen habe ich. Ich. Ich habe jedes Tor von dir vorbereitet. Mhm. Alter. Wie viele Punkte haben wir? Hast du? Ja. Du hast 800. Alter Schwede. Nicht wahr. Ey. Das war jetzt aber Hicken. Ja. Ähm. Wie ging der bitte rein? Aber du bist ja auch so schlecht. Du hast ihn nicht getroffen. Ja. Ich bin zwar wirklich. Ja. Nicht gut. Was? Und so ist er jetzt schon wieder. Hacking Pool. Wir haben gewonnen. Buiii. Alter. Ich bin in der Luft. Ja. Äh. Okay. Ui. Und tschüss. Hey. Ich fliege komplett weg. Oh. Stufe 24. Oh. Neuer Turbo. Jetzt anlegen. Alter. Ich bin erst Stufe 17. Boom. Alter. Richtig. Also. Wollen wir noch ein Match? Ja. Oder nee. Lass ins Hauptmenü. Ja. Ich will mal kurz. Ich will mal kurz. Ich will mal kurz. Ich will mal kurz. Weiche ab. Hm. Okay. Hier ist was live. Okay. Rocket Pass. Oh. Nächste Stufe ist dann eine Belohnungskiste. Aber was? Ich bin gerade mal Stufe 17. Ich bin dann 25 später. 28 ist Granny Shifter. Bekommt man irgendeinen Rang später noch? Ja. Powertrain ab 53. Ich finde es so gemein. Ich kann. Zellenchanger kann ich nicht anlegen. Ja. Ich auch. Ich auch nicht. Aber warte. Ich versuch. nicht schaffeln. Ach. Ich glaube ich weiß was das kostet. Hä? Warte mal. Ich versuch jetzt mal jede Taste. Habe ich auch schon. Alter. Hier ist einfach ein Edelstein. Das sieht so crazy aus. Nur das kostet. Das ist Premium. Ja gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst uns einen Like da und ein Abo da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.